Liebe Zuschauer, es geht weiter mit Garten und Terrasse und dass Ihr Garten so richtig wunderschön aussieht, da brauchen Sie natürlich den ein oder anderen Artikel dazu. Ich habe mal die Bestseller rausgeholt, liebe Zuschauer, denn wir haben einen fantastischen Rasenmeer, da kommt man gar nicht drum rum, wenn man einen Garten besitzt. Wir haben wunderbare Gartenschläuche, liebe Zuschauer, und eine ganz tolle Bewässerungsuhr. Und da möchte ich jetzt mit Ihnen darüber reden, ob Sie denn auch vorbereitet sind. Denken Sie bitte an 2015. Ich wiederhole das so oft, aber es scheint schon wieder so weit weg, dass man denkt, 2015, war das wirklich so schlimm? Ja, das war es. Ganz, ganz vielen Menschen ist der Rasen verbrannt. Ganz, ganz viele Menschen haben einen furchtbaren Garten gehabt im Hochsommer, weil die richtigen Artikel und die richtige Pflege gefehlt hat. Und liebe Zuschauer, auch ich habe dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben Rasen gemäht. Ja, das geht nämlich mit unseren tollen Produkten. Wir hatten einen alten Rasenmeer von meinem Opa. Der war noch mit Motor, mit Benzin betrieben, der hat so richtig schön gestunken, der war so richtig schön laut und der war so schwer, dass ich keine Chance hatte, den nur einen Zentimeter zu bewegen. Jetzt haben wir aber bei Pearl TV ganz tolle Rasenmeer. Und der da, der hat es mir richtig angetan. Auch wir haben einen richtig schönen Garten, aber das Gras, das wächst gerade wie verrückt. Ich glaube, vor circa einem Monat habe ich den Rasen gemäht und jetzt ist der schon wieder so hoch. Da muss man jetzt natürlich ran. Wie geht es am besten? Mit einem Rasenmeer, liebe Zuschauer, keinem elektrischen und keinem motorbetriebenen, sondern mit einem Akku-Rasenmeer. Denn dieser Rasenmeer, liebe Zuschauer, der braucht kein Kabel und der braucht kein Benzin. Der hat einen richtig starken Akku. Das ist das Highlight hier definitiv, denn der ist hier vorne drin, liebe Zuschauer. Der ist im Lieferumfang enthalten, wie auch die Ladestation. Schauen Sie mal, das geht so einfach. Hier vorne steckt er drin, da muss man nur einmal klicken. Hier unten ist so ein Knopf, dann klickt man und dann kann man den rausziehen. Also das geht so super einfach. Genauso dann auch wieder rein, geklickt. Also ganz, ganz einfach, den dann immer wieder raus und rein zu machen, wenn Sie den draußen haben. Sie können damit wahnsinnig lange mähen. Wir haben nämlich hier einen richtig starken Akku. Und liebe Zuschauer, mit diesem Akku können Sie 500 Quadratmeter Rasen mähen. Das muss man natürlich auch erstmal besitzen, aber 500 Quadratmeter kann der mit einer Akkuladung und wenn der Akku dann leer ist, geht das auch ganz einfach. Dann nehmen Sie einfach die Ladestation, schieben da den Akku rein und in 180 Minuten ist der wieder voll aufgeladen und dann kann es wieder weitergehen. Jetzt haben wir hier natürlich durch diesen tollen Akku die Möglichkeit, absolut flexibel unterwegs zu sein. Denn wenn Sie einen Rasenmäher haben, der elektrisch ist, dann ist es Ihnen hoffentlich noch nie passiert, dass Sie mal übers Kabel gefahren sind. Wenn das passiert, dann ist natürlich der ganze Rasenmäher hin, beziehungsweise man muss ein neues Kabel dran machen und das kann man selber natürlich nicht. Das heißt Reparaturkosten und da ist man dann auch wieder bei viel, viel Geld dabei. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die praktischste und aber auch die günstigste Lösung. Und die haben wir mit diesem Akku-Rasenmäher. Unser Hausmeister, der liebe Jakob, der kümmert sich hier um unser Haus und um unseren Hof und um den Garten. Wir haben hier sehr viel Rasenfläche drumherum. Wir sind in dem wunderschönen Buggingen. Das ist ein Dorf, liebe Zuschauer, zwischen Freiburg und Basel. Und da haben wir wirklich unser Fernsehstudio in einer ganz, ganz tollen Atmosphäre. Wir sehen hier vorne die Berge. Wir sehen ganz, ganz viele Rasenflächen. Und da braucht man natürlich einen ganz starken, einen ganz zuverlässigen Rasenmäher, mit dem man dann auch eben nicht kabelgebunden ist und auch nicht unbedingt so ein Motorrasenmäher. Der stinkt, liebe Zuschauer, und der macht extrem viel Lärm. Auch das hat mich hier sehr, sehr gewundert. Der ist so leise im Vergleich zum Motorbetriebenen oder Elektrischen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Jetzt haben Sie bei Rasenmähern, das braucht man unbedingt, die Möglichkeit, verschiedene Schnitthöhen zu haben. Meistens bei vielen Rasenmähern sind das so zwei, drei. Liebe Zuschauer, wir haben hier ganz schön viele. Wir haben hier 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 und 7,5. Also Sie haben hier eine enorme, enorme Auswahl. Wie hoch soll denn Ihr Rasen werden? Und liebe Zuschauer, ich muss jetzt schon wieder Rasenmähen, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil es so einfach geht mit diesem tollen, professionellen Akku-Rasenmäher. Geht das so toll und so schnell. Wir haben natürlich hinten dran einen riesigen Auffangkorb, aber Sie haben jetzt gerade gesehen, man kann den auch abmachen. Und das ist das Tolle, denn viele sagen ja, oh, der Rasen, der sollte lieber obendrauf liegen bleiben. Das ist so eine Mulchfunktion, das ist gut für den Rasen. Auch das können Sie hier natürlich machen. Meiner Meinung nach, ich habe, liebe Zuschauer, wirklich schon einige Rasenmäher gesehen. Meiner Meinung nach ist das die beste Lösung. Ich muss Ihnen nochmal die Vorteile kurz zusammenfassen. Kein Elektrischer, das heißt, wir haben kein Kabel. Man muss kein Kabel hinter sich herziehen, man muss keine Steckdose draußen haben. Sie sind absolut unabhängig. Wir haben keinen Motorrasenmäher. Das heißt, kein Benzin kaufen, kein Gestank ertragen müssen und keine Beschwerden von den Nachbarn bekommen, dass es zu laut ist. Und warum mäht Ihr denn um die Uhrzeit Rasen? Es gibt ja auch solche Nachbarn. Hier haben wir alle Vorteile auf der Hand. Akku betrieben. Ich zeige Ihnen das nochmal mit dem Akku. Den holen Sie einfach raus. Diese Ladestation ist dabei. Da schieben Sie dann den Akku rein. Wenn der mal nach 500 Quadratmetern leer gegangen ist, kommt der da rein. Das ist eine Schnellladestation. Das heißt, ganz, ganz schnell ist der Akku hier wieder geladen. Und dann kann es wieder losgehen. Dann nehmen Sie ihn wieder raus aus der Ladestation und wieder rein in den Rasenmäher. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch einige Vorteile, was das Thema Sicherheit angeht, was ja auch beim Rasenmähen immer ganz, ganz wichtig ist. Da hört man ja auch manchmal wirklich schlimme Geschichten mit Unfällen und so beim Rasenmähen. Dass man da irgendwie drankommt oder so. Oder auch Kinder. Schauen Sie mal hier. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die natürlich auch hier der Rasenmäher hat. Das ist eine Stromunterbrechung. Das ist wie so ein kleiner Schlüssel. Schauen Sie mal. Den können Sie, wenn Sie eben Bedenken haben, wenn Sie Kinder haben oder mal die Enkel da haben, nehmen Sie den immer mit. Weil ohne diesen Schlüssel geht gar nichts. Wenn der drin ist, dann kann der Akku-Rasenmäher loslegen. Ohne diesen Schlüssel kann der gar nichts. Das ist natürlich auch noch mal ein richtiger Pluspunkt und ein absolutes Muss an einem sicheren Rasenmäher. Jetzt möchte ich Ihnen aber auch noch mal hinten zeigen. Denn dieser tolle Auffangkorb, der hat auch noch einige, einige positive Eigenschaften. Das hat auch nicht jeder Rasenmäher. Schauen Sie mal. Hier haben wir so einen ganz, ganz toller Auffangkorb. Der ist erstens mal riesig. Da passt ganz viel rein. Und wir haben hier so ein Netzgewebe. Das heißt, Sie sehen hier auch meine Hand. Wenn der Rasen drin ist, und vielleicht Sie auch mal vergessen, den rauszumachen, liebe Zuschauer, dann atmet dieses Material mit. Sie kennen das. Wenn der Rasen länger irgendwo drin ist, dann stinkt das. Und dann modert das. Und das passiert bei so einem Netzgewebe natürlich nicht so schnell, weil der hier weiter atmen kann. Denken Sie trotzdem dran, den immer auszulernen. Aber hier haben wir so viel, so einen riesigen Korb, so eine tolle Menge, die da reinpasst. 50 Liter, liebe Zuschauer. Und den können Sie jetzt eben auch unten lassen, den Korb, wenn Sie sagen, ich möchte diese Mulchfunktion. Ich möchte, dass der Rasen eben auf der geschnittene Rasen, auf dem Rasen liegen bleibt als Mulchfunktion, ist natürlich das hier auch wieder möglich. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir ja das Glück, dass wir einen TV-Sonderpreis haben. Wenn Sie schon mal so ein bisschen unterwegs waren und sich vielleicht erkundigt haben, was Akku-Rasenmäher normalerweise kostet, dann sind Sie bestimmt ganz schnell wieder umgekehrt, haben Sie kehrt gemacht und haben gesagt, ja, schöne Sache, aber unbezahlbar. Nicht bei uns. Wir haben diesen fantastischen TV-Sonderpreis, von dem Sie profitieren. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt, dass Sie jetzt anrufen und sich diesen Preis sichern. Sie wissen, der gilt immer nur zu unserer Live-Sendung und bis zwei Stunden danach. Das sollten Sie nicht verpassen, diesen Preis. Denn normalerweise kostet so ein Akku-Rasenmäher natürlich sehr, sehr viel. Auch hier ist die Hersteller-Empfehlung, liebe Zuschauer, knapp 500 Euro. Sie bekommen den aber zum TV-Sonderpreis und deshalb wirklich hier gleich zuschlagen. NX 5200 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Da heißt es jetzt wirklich ganz schnell, sich diesen Rasenmäher sichern, dass Sie dann eben gleich loslegen können mit dem Rasenmähen. Das macht dann richtig Spaß. Wenn man jetzt den optimalen Rasen hat, wenn man jetzt so einen richtig schönen, englischen, gepflegten Rasen hat, dann muss man natürlich gerade wieder im Hochsommer bei diesen Temperaturen, die wieder 2015 übersteigen werden, muss man natürlich gucken, wie schaffe ich es, meinen Rasen, meine Pflanzen richtig zu bewässern. Liebe Zuschauer, Sie wissen, dass die beste Bewässerungszeit so zwischen 5, 6, 7 Uhr morgens liegt, bevor die Sonne aufgeht oder richtig spät abends, wenn die Sonne schon wieder unten ist. So, jetzt hat man die Wahl. Morgens um 5 aufstehen, um den Rasen zu bewässern oder nachts nach einem langen Arbeitstag oder nach einer Party noch mal hinzustehen und den Rasen zu gießen. Das ist suboptimal. Ich habe eine optimale Lösung für Sie. Denn wir haben eine ganz, ganz tolle Bewässerungsuhr, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal, hier vorne ist so eine Schutzkappe drauf. Die ist auch richtig fest drauf, muss ich ein bisschen ziehen. Das natürlich hier, so, jetzt habe ich es. Schauen Sie mal. Das hier, das Display. Hier haben wir ein ganz, ganz tolles Display. Und was ist eine Bewässerungsuhr? Das ist eine so geniale Erfindung. Sie schalten jetzt diese Bewässerungsuhr zwischen Ihren Außenwasserhahn und den Gartenschlauch. Und dann können Sie an dieser Bewässerungsuhr, liebe Zuschauer, ganz toll alles programmieren. Was können Sie programmieren? Sie können programmieren, wie diese Uhr automatisch Ihren Rasen bewässert und um wie viel Uhr. Das heißt, Sie können Bewässerungstage beliebig wählen. Sie können Bewässerungszyklen von einem bis zu 15 Tagen wählen. Sie können die Bewässerungsdauer einstellen von einer Minute bis zu zehn Stunden. Sie können sechs Bewässerungen täglich programmieren. Aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, manuell zu bedienen. Und das Tolle daran ist, Sie müssen nicht mehr früh aufstehen oder lange wach bleiben. Sie können Ihrer Uhr einfach sagen, bitte bewässere meinen Rasen morgens um fünf. Da ist nämlich die beste Zeit, um eben zu bewässern. Wenn die Sonne, liebe Zuschauer, richtig auf Ihren Rasen prallt oder auf Ihre Pflanzen prallt und dann bewässern Sie, dann könnte der Rasen oder die Blumen verbrennen. Deshalb soll man immer dann bewässern, wenn die Sonne nicht da ist. Das heißt, bevor sie aufsteigt oder wenn sie untergeht, wenn sie untergegangen ist. Das ist aber wirklich schwierig, in den Alltag das einzubauen. Und deshalb finde ich das so eine geniale Idee mit dieser Bewässerungsuhr. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einzustellen, und das geht super einfach. Schauen Sie mal, Sie haben hier fünf Tasten. Sie haben natürlich auch eine ganz tolle deutsche Anleitung, eine sehr ausführliche deutsche Anleitung dabei. Da können Sie dann ganz genau schauen, wie mache ich das? Aber das geht ganz einfach. Dann stellen Sie ein, die soll jetzt 15 Tage lang jeden Morgen um fünf meinen Rasen bewässern. Ich habe nachher noch ganz, ganz tolle Schläuche im Programm, liebe Zuschauer, die Sie unbedingt dazu bestellen sollten. Das sind die besten Schläuche, die momentan auf dem Markt sind. Und das Tolle daran ist, Sie haben die Möglichkeit, dass Ihr Rasen, Ihr Garten, Ihre Pflanzen immer die perfekte Bewässerung bekommen, ohne dass Sie Arbeit damit haben. Und das ist das Fantastische an einer Bewässerungsuhr. Sie haben hier so viele Möglichkeiten, das einzustellen, und dann bleiben Sie liegen. Dann bleiben Sie morgens liegen, dann stehen Sie gemütlich auf, dann, wenn Sie aufstehen müssen, trinken Sie einen Kaffee, können aus dem Fenster schauen, oder auch auf die Terrasse schauen oder auf die Terrasse gehen und schauen, wie die Bewässerungsuhr ganz zuverlässig sich um die Bewässerung kümmert. Das, liebe Zuschauer, empfehle ich wirklich jedem, der einen Garten hat und nicht möchte, dass dem im Sommer, im Hochsommer, was passiert. Eine Bewässerungsuhr von Royal Gardenier, die kennen sich perfekt mit dem Garten aus, liebe Zuschauer, und das normalerweise 40 Euro, bei uns natürlich nicht. Sie bekommen den TV-Sonderpreis 18,91 Euro. Da heißt es jetzt ganz schnell bestellen. Die können Sie jetzt einfach dazu bestellen, liebe Zuschauer, in den Warenkorb mit reinlegen. NX 5005 und die 569 für 18,91 Euro. gibt es diese tolle Bewässerungsuhr, liebe Zuschauer, für Sie zum TV-Sonderpreis. Sie brauchen jetzt nur noch einen Schlauch dazu und vielleicht sagen Sie, oh, einen Schlauch habe ich schon. Aber, liebe Zuschauer, ich möchte bezweifeln, dass der Schlauch optimal ist, denn auch ich, auch meine Eltern haben noch so einen älteren Schlauch. Der tut es noch, aber der erschwert die Arbeit. Warum? Normalerweise diese alten Schläuche, die sind ziemlich schwer. Das ist schon mal keine gute Idee, bei einer Gartenarbeit sich schwere Artikel zuzulegen, weil man weiß nie, ist immer der Mann da, der mal hilft? Oder ist man vielleicht mal alleine als Frau? Oder möchte man als Mann auch einfach mal nach Feierabend jetzt keine schwere Arbeit, sondern einfach das, was man noch so erledigen muss, leicht erledigen. Und das, liebe Zuschauer, geht mit unseren Schläuchen. Auch hier war ich wieder hin und weg, als ich das erste Mal diese Schläuche gesehen habe. Sie sehen hier, ein super kompakter Schlauch. Der ist super leicht. Den kann ich mit einem Finger, liebe Zuschauer, halten. Ganz leicht und ganz klein. Jetzt denken Sie, hm, wie klein denn? Fünf Meter. Jetzt denken Sie, fünf Meter reicht mir nicht. Vielleicht. Jetzt ist das tolle, liebe Zuschauer. Der kommt so zu Ihnen. Fünf Meter. Aber wenn Sie den anschließen und der Wasserdruck durchläuft, verlängert sich dieser Schlauch um das Dreifache. Der ist so dehnbar, liebe Zuschauer. Und das macht der Schlauch alleine durch den Wasserdruck. Das sieht ganz, ganz spannend aus. Und ich finde, es wäre so toll, wenn man alles so machen könnte. Alles, was man so im Haushalt hat, ist ganz klein. Und wenn man es dann benutzt, wird es groß. Das ist eine so geniale Sache, denn gerade bei Gartenutensilien, da hat man meistens wenig Platz dafür. Vielleicht hat man ein Gartenhäuschen, dann hat man Glück. Wenn man jetzt aber sagt, oh, ich muss die Gartenutensilien auch im Keller aufbewahren oder ich muss die Gartenutensilien, vielleicht habe ich gar keinen Keller, mit in die Garage legen, dann ist es natürlich super wichtig, dass Sie platzsparend sind. Und dieser Wunderschlauch, wie wir ihn auch gerne nennen, hat eben diese tolle Möglichkeit, dass der von drei, jetzt mache ich hier schon Sauerei, schauen Sie mal, dass der von fünf Meter auf 15 Meter sich ausdehnt, um die dreifache Länge. Und das, liebe Zuschauer, ist wirklich unschlagbar. Also das wäre für mich schon eine absolute Kaufempfehlung. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Wir haben hier natürlich auch die besten Materialien. Wir haben in diesem Schlauch, liebe Zuschauer, einen ganz, ganz tollen, dehnbaren Schlauch natürlich verbaut, dass der eben super dehnbar ist, dass der sich ausdehnen kann auf die dreifache Länge. Aber wir haben auch den Nylon ummantelt. Warum ist der Nylon ummantelt, liebe Zuschauer? Weil Sie natürlich einen Schlauch haben möchten, auf den Sie jetzt nicht wahnsinnig aufpassen müssen. Wenn da mal ein Stein kommt, wenn da mal irgendwie, zum Beispiel, haben Sie jetzt so einen schönen Gartenweg, gepflasterte Steine und Sie ziehen den hinter sich her, dann möchten Sie da nicht aufpassen müssen. Und deshalb ist der Nylon ummantelt. Das sieht man hier bei dem Aufgeschnittenen sehr schön. Und das ist ein ganz, ganz robustes Nylon-Gewebe, liebe Zuschauer, das man hier so drum hat. Und da brauchen Sie sich dann überhaupt keine Gedanken machen, dass da irgendwie Risse reinkommen. Das hat man bei den anderen Schläuchen. Bei den alten Schläuchen, da hat man keinen Schutz außenrum. Und wenn man dann den über eine Steinkante zieht oder auch einfach zu sehr strapaziert, dann wird der irgendwann porös. Das kann Ihnen bei diesen Schläuchen natürlich nicht passieren, denn hier haben wir dieses tolle Gewebe, das eben um den Schlauch noch mit drum ist. Jetzt haben wir, liebe Zuschauer, bei diesen tollen Gartenschläuchen schon die zweite Generation. Die erste war schon so erfolgreich, aber wir ruhen uns ja nie aus. Und auch die Hersteller hier haben gesagt, wir wollen noch besser. Und jetzt haben wir hier die zweite Generation, die wirklich so toll ist und so robust. Hier haben Sie sich mal einen Spaß gemacht. Unser Team hat sogar mal ein Auto damit abgeschleppt. Das lassen Sie bitte sein, hat aber auch geklappt. Das war einfach nur mal wieder so ein Test, weil wir testen ja sehr gerne. Wir möchten sehen, die Produkte sind die genauso toll, wie die Hersteller uns das versprechen. Und liebe Zuschauer, ja, das sind sie. Die Hersteller haben hier so wahnsinnige Arbeit geleistet mit der zweiten Generation. Natürlich, wie bei allen Schläuchen, die Sie hier bei uns bekommen, haben Sie ganz tolle Steckanschlüsse. Das heißt, einfach können Sie das an Ihren Wasserhahn dranklicken. Sie können auch jederzeit, wenn Sie jetzt sagen, oh ja, 15 Meter, das reicht mir und dann merken Sie, oh, ich hätte doch gerne noch einen längeren Schlauch, können Sie natürlich auch jederzeit den verlängern. Da gibt es dann so Zwischenstücke, können Sie auch jederzeit dazu bestellen und dann können Sie den verlängern. Wenn Sie jetzt sagen, 5 beziehungsweise 15 Meter, das ist der optimale Gartenschlauch für mich, dann seien Sie bitte schnell. Die werden uns momentan aus den Händen gerissen. Deshalb ganz schnell anrufen und bestellen mit der NX 5207 und der 569 für 16 Euro und 6 Cent anstatt knapp 30 Euro. Diese Schläuche, liebe Zuschauer, diese Wunderschläuche, bekommen Sie übrigens nur exklusiv bei Pearl TV. Die bekommen Sie nur bei uns und deshalb sind die auch so wahnsinnig beliebt. Denn wenn ein Kunde hier mal gekauft hat, einen Zuschauer, und dann kommen die Nachbarn, die Gäste und die Freunde und die sehen den, dann wollen die den sofort haben und meistens ist es so, dass der gleiche Kunde dann noch zwei, dreimal hinterher bestellt. Da haben wir dann nachgefragt, warum brauchst du denn jetzt noch zwei, drei Gartenschläuche? Du hast doch erst bestellt. Ja, das ist dann für die lieben Bekannten, Verwandten und Freunde, die diesen Schlauch eben gesehen haben. Jetzt haben wir hier diese tolle Variante 10 Meter. Auch die, liebe Zuschauer, hier haben wir 10 Meter, ist super leicht, super handlich, wird aber zu 30 Meter. wieder das Gleiche, den war bis zu dreifach verlängert, der sich unter Wasser trug. Der ist super robust, der ist super handlich und liebe Zuschauer, der ist die zweite Generation, das heißt noch besser als die erste und vielleicht haben sie die erste Generation zu Hause, denn das war auch der Wahnsinn. Kathi, Ralf und Carsten haben mir das erzählt letztes Jahr oder vielleicht war es auch schon vor zwei Jahren. Die erste Generation, die kam so rasend an bei den Zuschauern, dass wir da sogar gar nicht mehr nachliefern konnten. Jetzt haben wir aber eine größere Menge bestellt, trotzdem auch hier wieder sehr, sehr beliebt. Deshalb schlagen sie hier gleich zu. Hier sehen sie es übrigens noch mal, wenn der Wasserdruck kommt, dreifache Verlängerung. Hier sehen sie, das sieht aus wie so eine Schlange, die gerade gegessen hat. Die weitet sich aus und da ist dann dieser Wasserdruck, was auch toll ist an diesen Schläuchen. Bei den anderen Schläuchen hatte man immer das Problem, wenn man mal irgendwie den hinter sich her gezogen hat, A, hatte man Rillen im Beet, das will man natürlich nicht. Da pflegt man seinen Garten, da pflegt man sein Gemüsebeet und dann zieht man den Schlauch hinterher und hat dann so hässliche, dicke Rillen drin. Nee, das machen sie nicht, liebe Zuschauer, das ist nicht schön. Hier haben sie die Möglichkeit, mit diesem dehnbaren Gartenschlauch, der eben auch so leicht ist, dass sie hier das Problem mit diesen Rillen überhaupt nicht mehr haben. Apropos leicht, auch wenn sie einen kleinen Vorgarten haben, liebe Zuschauer, bitte keine Gießkanne benutzen. Das ist nicht gut für den Rücken. Da hat man richtig schwer zu tragen. Machen sie das mit dem Gartenschlauch. Das geht viel schneller, die Arbeit geht viel schneller und sie haben hier natürlich kein Gewicht. Egal, welche Größe sie wählen, die sind alle so leicht. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, dass ihre Gartenarbeit schneller von der Hand geht, liebe Zuschauer, und natürlich auch viel, viel bequemer zu regeln ist. Die Variante 10 bis 30 Meter bekommen sie mit der NX 5206 und der 569 für 33,16 Euro. Eine ganz beliebte Größe übrigens. 10 Meter auf 30 Meter, wenn man dann doch ein Stückchen mehr Garten hat, dann unbedingt schnell sein. Hier, liebe Zuschauer, ein super, super Angebot. Jetzt habe ich Ihnen ja am Anfang von der Bewässerungsuhr erzählt. Die Bewässerungsuhr, ich schneide das Thema noch mal kurz an, vielleicht haben Sie gerade erst zugeschaltet. Das ist eine Uhr, die können Sie bestellen, die schalten Sie zwischen den Außenwasserhahn und Ihren Schlauch. Und dann können Sie da eine Zeit einstellen, um wie viel Uhr die bewässern soll. Die beste Zeit im Sommer ist immer zwischen 5 und 6 Uhr morgens oder eben spätabends, wenn die Sonne weg ist. Das ist die beste Zeit. Mit einer Bewässerungsuhr, fantastisch. Denn da haben Sie dann gar keine Arbeit mehr damit. Aber Bewässerungsuhr in Kombination mit einem Perlschlauch, dann, liebe Zuschauer, brauchen Sie wirklich gar nichts mehr tun. Ein Perlschlauch, das ist auch eine ganz geniale Erfindung. Sie sehen, hier haben wir so einen schwarzen Perlschlauch. Sieht am Anfang aus wie so ein ganz normaler Schlauch. Ist es aber nicht, liebe Zuschauer. Ein Perlschlauch ist ein Schlauch. Wenn jetzt das Wasser durchläuft, dann tritt überall am Schlauch, treten so ganz kleine Wasserperlen aus. Das sieht wunderschön aus. Aber das hat natürlich auch ganz viel Sinn. Sie können diesen Perlschlauch fest in Ihren Garten installieren. Das heißt, ein Ende natürlich an den Wasserhahn. Und dann sind da auch so ganz, ganz tolle Heringe dabei. Die machen Sie dann an den Schlauch und fest in die Erde. Dann haben Sie nämlich diesen Schlauch direkt auf Ihrem Beet oder direkt auf Ihrem Rasen. Oh, da sieht man es gerade. Schauen Sie mal. Da kommen jetzt diese Perlen raus. Sieht aus wie Perlen. Ist natürlich ganz normales Wasser. Wir haben dann einen Perlschlauch, der direkt im Rasen liegt. Oh, jetzt schauen Sie mal dieses Spektakel an. Das ist die gesündeste Bewässerung für Ihre Pflanzen. Denn da geht das Wasser direkt dorthin, wo es soll. An die Wurzel, in die Erde rein. Viele Pflanzen und auch Rasenflächen nehmen es Ihnen manchmal übel, wenn Sie zu viel Wasser von oben direkt auf eben die Pflanzen oder den Rasen runterkommen lassen. Viele Pflanzen, die vertragen das nicht. Mit so einem Perlschlauch, der fest installiert ist, im Rasen, im Gemüsebeet, haben Sie die beste Bewässerung. Das Wasser geht direkt dahin, wo es hin soll. An die Wurzeln. Das ist eine Sache, liebe Zuschauer, von zwei Minuten, den zu verlegen. Und dann haben Sie den Fest in Ihrem Garten installiert und Sie werden nie wieder hin müssen und sagen, so, jetzt muss ich den Garten abspritzen. Nein, das macht ja der Perlschlauch ganz von alleine. Bestellen Sie sich die Bewässerungsuhr dazu. Das wäre mein Tipp an Sie. Dann brauchen Sie nicht mal das Wasser aufdrehen. Dann macht die Bewässerungsuhr das. Dann gibt die dem Perlschlauch das Zeichen, so, jetzt geht es los, fünf Uhr morgens. Wir bewässern jetzt mal das Beet, wir bewässern den Rasen. Dann brauchen Sie sich im Hochsommer auch keine Gedanken machen. Wann gieße ich jetzt? Muss ich jetzt wirklich da früh aufstehen? Muss ich um fünf aufstehen, um den Rasen oder den Garten zu bewässern? Nein, liebe Zuschauer, Bewässerungsuhr in Kombination mit diesem Perlschlauch, da haben Sie die optimale Lösung. Sie haben keine Arbeit damit, Sie werden immer einen wunderschönen, saftgrünen Garten haben und absolut keine Arbeit und viel Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Zwölf Euro, 26 Euro kostet dieser Perlschlauch, zwölf Meter lang übrigens. Eine ganz, ganz tolle Sache. Auch hier natürlich den Schnellanschluss dabei, einfach an den Wasserhahn anklicken. Natürlich auch die tollen Befestigungshaken, das haben Sie gerade im Video gesehen, dass eben der Perlschlauch auch direkt auf dem Rasen liegt. Und liebe Zuschauer, natürlich haben Sie hier auch, und das ist ein wichtiger Punkt, Sie sparen natürlich wahnsinnig viel Wasser. Sie sparen bis zu 60 Prozent Wasser. Denn wenn man so im Garten steht und man bewässert den Rasen oder die Pflanzen, dann ist man oft so ein bisschen Gedanken verloren. Na, 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 macht ja auch Spaß, man steht schön in der Sonne, dann verbrauchen Sie sehr viel Wasser. Mit diesem Perlschlauch, der direkt an die Wurzeln geht, sparen Sie bis zu 60 Prozent Wasser. Also nicht nur der Vorteil, dass Sie viel weniger Arbeit haben, sondern Sie sparen gleichzeitig auch noch. Meine Empfehlung an Sie, nehmen Sie den Perlschlauch mit in Ihren Garten, fest verlegen, auch in den Schrebergarten oder in den Vorgarten und dann haben Sie immer Saft, grünes, tolles Gras, tolle Gemüsebeete und einfach die optimale Perspektive für Ihre Nachbarn so ein bisschen rüber zu schielen und so ein bisschen eifersüchtig zu sein. Warum haben die immer so einen tollen Garten? Liebe Zuschauer, 12,26 Euro mit der NX 72,99 und der 569 jetzt zu bestellen und dann wünsche ich Ihnen wunderschöne Stunden in Ihrem saftgrünen Garten. Bestellen Sie jetzt! Bestellen Sie jetzt!